und damit willkommen zurück sind gegrüßt zur neuen part bei du es geht 3 ich bin mal gespannt wie es abläuft wir folgen die großen spinne und ja gehen wir einen anderen weg schließen uns vielleicht jetzt mal den bösen an ich bin gespannt was da jetzt was da was wird und werden natürlich noch weiter kunden nachdem war die man sieht kommt 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 in this place only a full Es ist noch ein Weg hier, und hier ist es noch woanders. es dauert noch ein bisschen bis wir da sind hier könnte ein Angriff passieren das sind vielleicht die Wurzeln und Zulwurz ich rede dich noch mal deutlich und besser durchgehen Ich weiß nicht, ob sie verdraben werden oder nochmal. Die Nacht haben wir gelaufen. Ich fühle mich das Mund auf jeden Fall. Wir werden wieder gehen. Wir sind ja mit kurzem zu Besuch. Schattenreich wird noch weiter kummelt. Gute. 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 Wieso hat jemand von eurem Wachdienst? Willkommen zurück. Ich war... Ich war noch nie hier. Oh. Ich höre dich, vereine Magister. Ich komme jetzt auf dem Weg, uns gescheitert zu haben. Ich hoffe, es wird später noch ein... ...passt, wenn wir ihn am wenigsten gebrauchen können. Ah ja. Ich habe keine Worte. Wir schreien unsere Arschen hier, während dieser Legge-Freak erhältst du oben. Es sind Bollocks. In ihrem Namen. Ich habe viele Supplieren, wenn du zu hoch bist, Trusso. Ah ja, sehr angreifen würde ich manchmal nicht machen, später vielleicht, gerade wenn wir uns gut stellen mit dem Bösen in diesem Turm übertreiben wir auf gute Reise Also auf Böse gute Reise Ah ja, schauen wir mal wie wir zu diensten sein können Ich spottet, obwohl sie sterben, darauf zieht mich nicht mein Duel zu fahren, ist kurz was habt ihr im Angebot mit dem Haussieren, wird das mit dem Haussieren nie etwas Wollen wir sie zeigen Überzeugen, wenn ihr nicht zu zart beseitet seid, sehe ich euch, wie ich das Auge verloren habe Das ist immer noch Das ist ein Gegenpack Das ist Er hat beide Augen Sie hat beide Augen Thor Raxleh nicht Ich habe ihn in seinen Nage zerfetzt Barbar, ein Schüchtern Keine Nieder, nur Schreie Überzeugen, niemand singt in meinen Namen, ich hinterher lasse keine Zeugen Ein Schüchtern, ich habe über Ich habe 1000 Leichen wie Zungen herausgeschnitten und diese 1000 Zungen sind von Mord Das ist sicherlich wahr 1781 Das ist irgendwie auch Mit zweifeln an die Barbarinnen und so weiter Das ist einfach Die die sind in die sind die Die sind die 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 sind die Das ist habe ich keine verwendung für vorstreicher helm du erhältst einen bonus und das eins auf einen den zauber rettungs die selten überrascht ja mit der rüstung und das herz kleidung wird jetzt gerade auch später getragen es ähnlich mit dem der den ganzen haben herz des wendigers im kampf rausch generiert die nächste träger zwei züge lang zogen das klingt gut gebrauchen das tauschen geld haben wir jetzt nicht wirklich also sieht der rabatt also aus schildschlag und schild kaufen eine parade der wachsamkeit hier angst vielleicht ja ansonsten nur in deiner haupt hand eine waffe in der freien hand aber nichts heißt erhältst du ein bonus und das zwei auf einfach so nahe kommt offen okay gerade haben war ein schulter macht kommt das nur streit abschließend schaden ja mit der immer kritisch treffe das ist besser nicht so was ich sehe sie müssen jetzt entscheiden er war der wachsamkeit ist ein bonus von seitens auf initiativwürfen ist bei tributswürfen auf wahrnehmung im vorteil das herz um einen angst so vorzuhören bist du dabei im vorteil das wäre ein zweiter bricht für astarion vielleicht waffenverzauberung ja das ist alles nicht so gespannt ja das ist alles eigentlich haben wir es nicht wirklich nutzt aber schauen wir mal die sachen die wir hier nicht bauen verkaufen ja das wird ja jetzt daran geben ich glaube der hat momentan noch andere sachen geht uns in der schnauze nutzen und gesicht zum wettbewerb verkaufungen genutzt nicht Hm, Fluch nutzt zu wenig. Ja, singender Strahl haben wir durch nie richtig genutzt. Doch, haben wir genutzt immer. Ja, wir haben jetzt was besseres. Gelächsender Schaden. Ja. Spiegelbildung. Können wir Sachen nicht teilen. Tja. Können wir später letztlich werden wir noch brauchen. Kommeratisch gut, dann eh nix. So eine Waffe, diese mächtige Waffe will ich nicht verbrauchen, die will ich noch behalten. Warum können wir das nicht? Seit wann... ... 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 Tja, E31, ich brauche nur. Und wir nehmen das hier raus. Eins geben, mein Gott. Nicht mehr die Verrüstung anlegen. Und die Lech wieder umfärben. Oh, hübsch. Du bist so froh, nicht wahr? Dass du sie hörst. Ich kann nicht erinnern. Die Absoluten haben wir hier. Sie können uns nicht verhindern von Zorrell sehen. Wo bist du, Hale? Nach der Linie. Ich werde die erste von uns zu sagen, den General. Nicht alle von uns überlebt die Schäden, um hier zu stehen. Meine Frau, meine Sohn, sie waren nicht wertvoll. Ich bin überzeugt, dass die Polizei große Krieger sind schon aus wenigen entstanden. Dann werden sie los. Die Unwürdigen müssen geläutert werden. Es ist nicht an uns, den wir in absoluten Anfeiner zu stellen. Ich dachte, die absolute Haste, alle Gläubigen bekommen. Nee, sie haben auch gehört. Nein. Wir müssen jetzt abbrechen. Bitte verkack's. Verdammt. Das ist falsch gewesen. Was gibt's hier? Entschuldigung. Hier wird ein Clown erwischt. Hier geht's runter. Das Gefängnis zu erkunden. Und wenn die drüben waren. Die Gefängnis zu erkunden. Ist die wirklich nach oben, oder was? Die Tür sind wieder rein gekommen. Ab durch die hier. Das ist ja interessant aus. So die docks. Da waren wir ja auch nur nicht. Enjoy the view. This feels like a stretch hall. I'm afraid you missed the ship through soon. But there'll be another along soon enough. We're only ready stacking the cargo. Baldur's Gate. My army marches over land. But we send our friends ahead. To smooth the way. Why will the absolute kick gegen die Stadt flogen? I'm asking her. The locals need to see her truth. Take their place in hard design. Well, they don't. And we send them to meet the old gods as they cling to. It doesn't matter how much travel away. Nothing of note. Just supplies to the battle ahead. I'm glad I checked the place over. As the symbol glows, power goes through you. Authority. Endschüchterne Aufgabe ist die Wache. Überlasst die Details mir, ja. Die Fracht ist wichtig. Kann nicht schaden, nochmal nachzusehen. Befehle? Dann tretet ihr doch sicher kurz bei Seite und lasst mich nachsehen. Sehr schön. Die Fracht, ja. Check her weg. Die Fracht, ja. Ja, Kumsiegel. Oh, keine. Können wir drinnen verkaufen. Oh, ha. Hmm. Es gibt so viele, genug für eine Armee von mindloser Schlägen. Es gibt so viele, aber es gibt so viele Schlägen. Die Zentrum des Zentrums. Ein Netzwerk von Merchandern und Mercenari. Er ist bekannt für ihre tiefen Schrauben und Schrauben. Das ist ein Schmuck, nein, ja. Natürlich nichts. Mhm. Wenn wir das werfen, kriegen wir dann die Berge? Vielleicht schon. Ich bin hier angegriffen. Soll ich es mal vorspeichern? Ich mache jetzt eine dumme Sache. Ja, natürlich. Aber was sonst? Ich würde mal wieder ein bisschen kämpfen. Damit verscherze ich es mir nicht. Wir wollten doch nicht. Geht ja wenigstens keine Hilfe holen. Das muss hier ein bisschen... ...ein Squeak passieren. Weg mit der Vorhine. Okay. 1 bis 6 in der Gier. Schade. 1 bis 6 in der Gier. Oh no. Ja, 1 bis 6. Oh no. Oh no. Oh no. Da hat nur eine von überlebt. Interessant. Die Waffen und Wachen sind schon nicht zu untersetzen. Das ist schon nicht übel. Wunderschwachen durch Wunderschwachen. Wucht. Jetzt finde ich es aus. Wow, was soll denn das sein? Ein Silenbrecher. Ok. Ein Vinox, Leute. Da drüben haben wir Leute. Windschrittspult. Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ich glaube ich kenne gute Idee, in seinem Geistkreis anzugreifen. Wow. Rockfeuert Hatte Pigs vorbei Hatte Pigs vorbei Edson de Gruel Ich bin mal unten dran. Ich habe nicht gesehen Ich habe nicht gesehen Oder nicht Oder nicht Ich muss die Pauzeitsch Ich muss die Pauzeitsch Karotte Dritte Rüstung, hier haben sie Die werden mich ja jetzt nicht für Diebstahl verhaften Ich bin auch schon ein Laufen Nein, das tut's Schade Mindestens Nehmen wir schon mal die Ladung an uns Falls man dann, weil das geht Nach 3 doch noch Seiten wechseln Können wir hier schon mal ein bisschen sabotieren Ist nichts Einmal noch hier hinten Mal gucken Ein bisschen die Karte aufdecken Sollte wichtiges gibt's hier nicht Der stirbt hier nochmal Ich hoffe wir müssen uns jetzt hier nicht schon gleich rumdurchdämpfen Ein Schuftroller Mal gucken 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 Jetzt haben wir den Teil schon angekündigt. Und der steppert uns mal. Ich hoffe, die haben da vom nächsten Glück bekommen, dass der Rost vor sich nimmt. Die Bahn wieder drunter. Müll haben sie nicht. Hier ein paar Gefahren waren. Noch nicht. Die meisten, die hier sitzen sollten, haben wir wahrscheinlich schon getötet. Entschuldigung, ich habe die Erlaubnis von Balthasar, fragt ihn, was sollen die Gefangenen denn machen? Nicht totpatschen. Es tut mir nicht, dass sie so nicht mehr hochkommen. Der weiter sah den Tempel der Scham auch mal nicht erfüllt. Dann müssten wir alles noch. Ich werde euch nur foltern. Ich werde euch helfen zu fliegen. Ich werde euch helfen zu fliegen. Ich werde euch helfen zu fliegen. Äh. Genau! der gar nicht über die absoluter selbst wo die uhr und mit uns für heute geht es auch bei die präsentiert und woher wo die trüße die arbeit haben die flamme gebraucht überzeugen mein verstand mit mir und die absolute hat keine macht über mich aber ein schüchtern dass durch hilfen besterbt hier ist irgendwann der verbündet wird man brauchen die absoluten schießt gott über das gruppe sind es die andere wehr round isn't it I reckon you and I were meant to meet I'm Wilbren efficient good we need tools that headcase of a warden robbed hours but anything that breaks rock will do even if it's not iron hand quality whatever you find throw it through the bars but for the love of girl make sure a guard doesn't see you or we're both done for I am okay ist darauf achten dass die wache wieder dort hinten ist nicht hier hinten Na gut, wir wurden entdeckt. Das Auge war schon immer kaputt. Du hast den Liebeswerbzeug, nimm es auf. Zelle 2. Ich muss was ihm in den Kopf werfen, oder was? Ich will den nicht mehr zurück. Ich mach nichts. Ach, verdammt. Jetzt wollen wir nicht oder was? Ich krieg so viel Schnapp. Na sorry. Unschuldige Typen. Ihr dürft doch die Wachen extrem haben. Die andere! So, vielleicht können wir die andere. Wir müssen noch gegenhalten. Hier lassen. Der Weg ist unterbrochen. Das ist blöd. Ich kämpfe jetzt nicht gegen hier. Das ist Unsinn. Was waren das? Können wir jetzt die Türen aufmachen? Mein Liebeswerkzeug wieder. Ah ja. Wie sind die Zeugen? Wir fangen durch ein Gitter zu erschießen. Das ist schon... Das ist schon... Übel selbst für Starved Urge. Unbewaffnete durch ein Gitter. Unbewaffnete durch ein Gitter. Ungefängnis. Wir haben natürlich nichts dabei. Ja, wir haben uns hier ungeguckt. Gefangene sind kein Problem mehr. Oder? Ein Gitter? Auf derавайs zu sprechen! Die Absoluten verabrikte die Verabrikungen. Er hat nichts gesagt. Nun geht es nicht um. Ich hab die Seine im Dich Was hätten manche vor uns geheim? Ah, die Wächterin. Ich werde mir alles erzählen, was ihr wisst. Die Vergangenheit ist jetzt nicht mehr wichtig und beachtet mich gar nicht. Mein Hirn ist nur Hackflash. Ich bin jetzt harmlos. Hm. Stimmt irgendwie. Ihr müsst mir helfen, bitte. Ich weiß nicht, was hier groß ist. So in deinen Höhlen. Kennt ihr mich? Hier werden wir euch zeigen. Ich habe kein Geheimnis. Ich habe nicht über die Tür. Ich habe nicht gesehen, dass du überstattest. Ich habe nicht überrascht. Ich habe nicht überrascht. Ihr Name, dein Ort, wurde von uns vorhin. Aber du warst die Richtigkeit. Richtig. Richtig. Kennt ihr uns? Aha, ich denke, wir haben einen bedeutsamen, den Verstand der Wächterin. Ich habe gehört, dass die Nome eine Frucht kam. Das natürlich. Ich nehme die Sache. Die Ladder. Wenn du schreitst, mach es gerne. Wie gesagt, du bist frei zu roben, wo du möchtest. Aber nicht spreche mit den Prisonern. Ich spreche es. Das hätten sie nicht sagen sollen. Warte mal, ob du jetzt die Tür öffnest? Gut, dann machen wir es ja bei der Tür öffnen. Sie müssen sich herausregen werden. Ich bin gut gewohnt und gut gewesen. Wenn wir versuchen können. Ich habe dich nicht gehauen. Und nochmal drauf rum. Der hat uns beleidigt. Ich muss sterben. Zum Platz Regeneration. Für den Rest. Wächter Schlüssel. Wächter Schlüssel. Wächter Schlüssel. Interessant. Wie viele für Zelle 3. Wie viele Gemeinschaftszelle. Und wenn du auf Gang gekommen bist. Das sind alle Gefangenen frei. Das macht die Große. Ich habe mir gerade ein Abonnett aufgenommen. Was könnte das? Nochmal. Wo habe ich das denn? Das haben wir doch nicht liegen lassen, oder? Was ist da drin? Ah, hier. Ja, eine Zaunplatz Regeneration. Was ist da drin? Man, das Schwachen ist schon gut. Was ist da drin? Hätt ich jetzt schon aufhören. Ich habe eine Kabel gekauft. Wann nichts drin? Die Themen der Einschüchterung. Und wer hat uns hier zugeguckt? Habt kein gesehen. Einschüchterung der Träger erhält einen Bonus von plus 1 auf einen Zauberrhythmus-Ski. Wenn er bedroht wird. Pfff, ja. Aber ich glaube, das ist ein Besseres. Pfff, ja. Pfff, ja. Pfff, ja. Mit einem Schluck der Brüsten. Eine Drei! Okay, eine neue Türpeln, ja, sieht richtig aus, die Truhe. Ne, tut sie nicht, aber sie ist verschwissen. Oh, die Perle. Nehmen wir einfach alles mit. Hm, nicht übel. Ne, nicht. Eine Goldcache. Inversionspläne. Eine Karte der Schwertküste vom Treyweißmeer bis hinter ein Stück nördlich von Ammen. Entstehen sich mehrere der Inselgruppen in der Schwertsee. Ein großer Roter Pfeil erstreckt sich vom Osten her. Und verzweigt sich in zahlreiche kleine Pfeile, die geplanten Eroberungen der Absoluten. Jetzt drückt sie mir zählen. Jetzt ein schnelles Loch. Oha. Okay. Dann war das Gefängnis der Kubitsch. Und der Käfig immer noch mit uns reagieren zu können. Ich habe mir nur seine Gefängnis dabei gemacht. Ich meine, viel war da eh nicht drin. Selbst ihre Vichterinnen waren ein bisschen... ...irgendwie schwach. Wir waren da noch nicht. Wir waren da noch nicht. Wir waren da noch mal vom Hüterlachen. Sogar hat man natürliche Angst, wenn sie sagt das nicht, dann wird man gut. Sog die Angst. Dann werden wir sicher sein. Dann werden wir gleich. Okay. Da wollen wir noch nicht hin. Mein Träume. Für einen Moment, du hörst es. Flesch schlägt auf stone, wie ein livinger Mensch, durch die Wurzeln. Nein! 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 Big meat in Wurzeln. Maybe whole tower. You find meat? You share! Uh-huh. Uh-huh. Oh-huh. Uh-huh. Don't mind Megan her meat sounds. It's just her brain flopping around in her skull. Stink of dead gods and dust. Uh-huh. 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 Intent clear Murder Glorious murder Next 20 Ah ja, der hat uns schon eine Narve Auch tot Nein Das ist selbst für einen Dachwünsch zu brutal Ich mache ja schmale Türen auf Wird es auch später einbrechen können Hier ist ein Bandsch Ich ziehe ihn in meine Slow-Schreifen. Sonst werden wir später zur Gefahr. Da habe ich nur ein paar Genolde. Ok, jetzt habe ich den Ufen gepanscht. Da habe ich auch einen anderen Wichter. Oha, dieser Tintenfisch. Sehr schön. Wenn ich in meine neue Komorfregen schalte. Energie-Tunnel kann auch gut werden. Oha. 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 Danke. Haben wir schon mal gemacht im ersten Heim. Wie latschen wir denn hier durch? Ah ne, wir sind am Hauptbahnhof. Wir sind auch nicht oben. Jetzt haben wir hier schon viel gekundet. Ich brauche eine kurze Worte. Ich würde nicht in die Hauptbahnhof gehen, wenn ich dich wäre. Zorill und Käferich arbeiten auf einen kleinen Wurm. Aha. Aha. Oh. Na dann können wir rein. Ich sag mal zum General. Jawohl. Wir haben das, was wir gesagt haben, General. Wir folgten alle Ärzte. Die Fakten sagen sonst. Du hast das Artefakt gefordert. Du hast es geschafft. Wir? Nein, nein. Es war Min Farah. Sie hat die Ärzte. Sie... ... 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